Wunder des Lebens. Wenn du die anderen von den Städten oder den Dörfern gesehen hast, würde man sagen, sie sind völlig schuldig. Da ist einfach Lebensqualität. Die anderen zahlen viel an und wir leben da. Wenn du hier sein kannst, ist das schon nicht so ein schlechter Arbeitsplatz. Aber es war einfach schwer, dass ich hier geboren bin. Man kann nicht genug schwärmen von der Schönheit, die man hier oben erleben kann. Ist ja ein Treffer, wenn du mal in der Schweiz auf die Welt gekommen bist. Sepp ist ja schon ein Treffer. Und in dieser Schweiz gibt es noch Kultur, es gibt noch Heimatgefühle. Was in der Schweiz fehlt, ist es schwierig zu sagen. Wir haben alles in der Schweiz. Zwei Stunden. Das ist an einem völlig anderen Ort, wo man aus einer Sprache oder einem Dialekt spricht. Da finde ich, es geht. Ein typisch Schweizer. Die vier Sprachen gehören zu der Schweiz. Hier sind wir in Kiasso. In Diversität Extraordinaire. Es ist immer ein Bubenträum, wo wir in Moskoschweizer waren. Auch als Bodenständig vielleicht. Auch als normal geblieben. Das war's für heute. Ich bin noch nicht dumm. Ich bin noch eine Frische. Ich bin hauptsächlich. Ich bin jetzt schon dann ein paar Pläume. Lachen wir die Tür auf. Hau! Frischen Luft. Ouh nein. Jetzt gibt es doch Sex. Ja, 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 ja.